Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mars der Bilders. Genau. Ja. Eine Katze. Eine Katze. Alles klar. Wir sehen uns dann gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh meine Güte. Das sieht aus wie eine geschorene Ratte. Das ist ja mal mega hässlich. Da findest du ja meins hübscher. Obwohl meins hässlich ist. Oh mein Gott. Weil ich sowas überhaupt nicht kann. Hä? Also von hier hinten sieht es schon mal aus wie eine Ratte. Was schreibt das denn? Oh der hat jetzt. Oh. Ich geb mal meh. Ich hab das mit Fäden gemacht. Ich hab das mit Fäden gemacht. Das fand einfach so scheiße aus. Ja ich hab gesagt. Aber es war besser als das. Ungefähr so meins auch aus. Aber nicht so biskritt von mir. Ja. Mäh. Mäh. Das ist wirklich. Das find ich noch meins wirklich schöner. Ich bin so dumm. Statt Spinnnets nehmen hab ich Fäden genommen. Als Schnurrbart. Erst wollte ich mit Zaun machen. Ohne Ohren nicht machen sollen. Das sah ohne Ohren besser aus. Ja genau so eine. So eine. Ja können wir meins okay. Fäden ist okay. Weil die Position ist besser. So war es. Die Augen ist ein bisschen blöd gemacht. Find ich. Der Kopf ist ein bisschen auch riesengroß. Aber naja. Aber die Zeit ging wieder so schnell um. Immer. So krass ey. Mann. Ja das meiste. Das sieht nach nichts aus. Das hätte eine Eule werden können. Find ich. Das sieht auch mehr aus wie so eine Figur. Kennst du so Figuren? Die so die Fressen so groß haben. So auch so. Sieht auf jeden Fall aus wie so eine Figur. Und ich bin eine Katze. Aber ist auch sehr schwierig eine Katze zu machen. Ich hab glaube ich den Körper gut hinbekommen. Meh. Das klingt von mir auch. Meh. Den Körper hab ich glaube ich gut hingekriegt. Ich hab das. Ich hab immer Probleme mit Gesichtern. Ja hab ich auch. Ich hab mit dem Körper mehr Probleme gehabt. Ne ich nicht. Ich hab auch direkt mit dem Körper angefangen. Das war das was. Ich muss einfach mal leichter. Leichter. Meister Bleeding. Ich muss das mal leichter machen. Indem ich einfach wie man das Zeichen einfach so Striche für sich zu machen. Instatt irgendwie so richtige Positionen zu machen. Da vorne. Das hab ich leichter. Mach das immer zu aufwendig. Danke. Die krieg von mir gut. Ist zwar eher ein Tiger aber ist ja auch irgendwie eine Katze. Die gibt auch Katzen die so sind. Ja ich weiß gar nicht. Aus Nissel ist auch eine Katze. Ich krieg von mir halt von mir ein Amazing Comic. Ich find die gut. Ne Amazing will ich es nicht geben. Die ist bis jetzt die beste die wir gesehen haben. Aber so gut dass es Amazing gibt. Ne. Ich find die gut. Die ist meine Idee gewesen so. Wollt ich die auch haben. Die ist auch gut eigentlich. Gib mal ein It's Okay. Ich gib ein Gut. Ich find das ist gut. Ach das ist deine hier. Mit den Fäden. Gib mal gut. Ne ich hab It's Okay gegeben. Weil der Kopf mir nicht gefällt. Als ich den Kopf gesehen habe musste ich leider nur It's Okay gegeben. Ja das ist mal My Eyes are Bleeding. Das ist bestimmt der Freund hier. Der andere Projekttyp. Also im Gesicht sieht das aus wie ein Willard. Ja. Wie heißt denn die? Eine Hüterkasse ist das aber auch vielleicht. Ja in Modpacks glaube ich. Ich weiß gar nicht. Wie bei Mark war das doch auch. Ja gewonnen. Komm bitte. Wusste ich. Oh ich bin aber Zweite. Oh ich bin ein Vorfall. Boah wie viele Punkte hat der bekommen. Ach du Scheiße. Ja der war auch am besten. Ja wir sehen uns dann in der zweiten Runde wieder. Bis gleich. So dann willkommen in der zweiten Runde. Hoffentlich habe ich nicht so ein schwieriges Wort. Wir haben. Polizei. Ja das hatten wir ja schon mal. Jupp. Ja. Ja. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein Polizist. Von mir ist es okay. Also man könnte auch irgendeiner sein, der irgendeine Fastfood-Kette oder so arbeitet. Mit P hier oben drauf, ne? Bei Promis Burger. Pizzeria. Pizzeria. Das ist einfach nur eine Baseballkappe. Ich glaube, das sollte das Auto sogar sein, oder? Ne, das soll die Polizeikappe auch noch sein. Und den Hund wäre auch gut gewesen, so Polizeihunde. Ach ja. Ja, da musst du aber auch kleine Typen bauen. Ja. Meiser Bleeding und dann Report. Und das auch noch. Weil das ist ein bescheuerter Witz. Das ist total bescheuert. Steht da drauf. Ja, leg doch. Ach so. Ich lese grundsätzlich keine... Ach du Scheiße. Mäh. Ich mach ein... Ne, komm mal, Eiser Bleeding. Was ist das bitte? Ich hab... Erstens hat uns einer geschrieben, dass ich zu fair, also zu nett bewerte. Deswegen bewerte ich jetzt mal angemessen. Ja. Und das ist... Oh. Oh ja, mit Knüppel und einer Pistole. Griff von mir in Gut. Das ist gut gemacht. Ja, Griff von mir auch in Gut. Der Knüppel ist nur... Ach der gehört so rum. Der Typ wahrscheinlich schnell... Okay. Jaja, so rum, ne? Das sieht ein bisschen bescheuert aus, als ob es so von hinten ist. Oh, wer hat das denn gebaut? Ich dachte, du machst ein Auto. Nein, ich kann keine Autos bauen. Ich hab einen Polizist gemacht. Was? Ich bin der Dritte? Der Fünfte. Geil. Als ob der hier so gut bewertet wird. Ich fände das überhaupt nicht so gut. Aber naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Und... Äh... Dann macht's gut. Bis... Später. Bis morgen. Und auch immer. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.